Hallo und herzlich willkommen hier auf der On The Hills, natürlich zusammen mit Ben Dodan. Hallo zusammen. Ja, und ich spiele, wie einigen jetzt auffällt, ich werde das nicht immer reinmachen, das ist nur so sequenzweise finde ich das ganz schön, mit dem Shader-Mod, sprich ich habe meine Systemdateien ein bisschen, also die LS-Systemdateien ein bisschen modifiziert. Ich kann davon, also wir können mal am Anfang direkt ein bisschen drüber reden. Wenn wir jetzt zum Beispiel uns die Hatz anschauen, also Daniel hat sie jetzt noch nicht installiert bei sich, ich würde es auch ehrlich gesagt nicht uneingeschränkt empfehlen, man muss das selber wissen, ich war irgendwie heiß drauf. Ich habe auch erst gesagt, nee, das ist mir doch ein bisschen zu, ja, zum einen Performant, weil, also ich habe ja jetzt wirklich mit der GTX 1080 Ti keine schlechte Grafikkarte, eigentlich sogar eine sehr, sehr starke und ich merke definitiv einen deutlichen Leistungseinbruch, wenn ich mit Shadern spiele. Und wenn man jetzt zum Beispiel auf meinen HUD achtet, das wird jetzt gleich überbelichten, wenn ich den Shader aktiviere. Ich würde auch genau hier in den Menü, sieht man das ganz deutlich, wenn ich ihn jetzt ausmache, ist das wieder schön. Also ich finde, man kann den durchaus benutzen, für mich ist das so eine Art Screenshot-Modus, weil ich rutsche dann halt von Anschlag 60 FPS, ich spiele ja mit Limitierung auf 60 FPS, auf 40 FPS sowas. Das ist schon deutlich und ich finde es teilweise auch störend, weil es gibt so bestimmte Oberflächen, je nachdem wie die angestrahlt werden von Licht, ist das Ganze dann halt doch schon irgendwie überblendet oder so und das mag ich dann nicht so. Hatte ich den einen Ballenwagen jetzt schon hochgebracht zu den Schafen? Ja, ne? Doch, du müsstest letztens ein, ja. Ich hatte ja in der letzten Folge, war ich ja auf Felswein-Dreichen, hatte das angesät mit Mais. Dasselbe mache ich jetzt, also ich mache jetzt weiter, habe allerdings die Sähmaschine gewechselt. Weil letztens hatte ich noch außerhalb der Folge die Federstedt-Tempo F8 gekauft. Okay. Wusste ich gar nicht, habe ich gar nicht mitgekriegt, irgendwie. Na gut, wir brauchen jetzt, wie gesagt, zwei. Ja, macht ja Sinn. Muss man da einfach nochmal ein bisschen Wechsel haben. Und die Tempo ist ganz schön. Die Lemken-Azurit, oder wie sie heißt. Ja. Und jetzt halt noch die neue. Boah, das war auch geil, als damals Federstedt im LS13 kam. Das ist ja doch schon auch so eine kleine Qualitätsmarke, ne? Ja, aber dafür sind irgendwie so ziemlich fast alle Pöttinger Sähmaschinen verschwunden. Ja. Und Federstedt ist noch ein bisschen zum guten Standard verkommen, ne? Wenn man so will. Obwohl ja in der realen Welt Federstedt schon echt eher Premium ist. Ja, Federstedt ist schon, auch von den Preisen her und so. Soweit ich weiß, ist das schon eher so, ne? Wenn man sich mal was gönnt. Ja, ja. Ähm. So. Wenn Geld keine Rolle spielt. Also ganz so schlimm vielleicht noch nicht, aber schon, schon viel. Teuer sind sie auf jeden Fall. Ja. Ja, liebe Freunde, wir haben nicht keine, was heißt keine, wir haben nicht mehr so viele Themen von euch. Ähm, vielleicht gerade am Anfang oder relativ am Anfang jetzt noch ein Appell. Falls ihr noch Fragen habt, ob ihr euch Themen interessiert, wo wir drüber reden sollen, ähm, gerne schicken. Wir werden die nächste Aufnahme-Session, ähm, diese Woche, haben wir diese, doch ja, wir können diese Woche sagen. Die Folge hier kommt jetzt Mittwoch. Jo. Äh, am Donnerstag werden wir die nächsten Folgen aufnehmen für über die Karnevalstage, weil da bin ich nicht da und dann bin in Köln. Und dann werden wir wieder ein paar Folgen am Stück aufnehmen. Ähm, wenn ihr da irgendwas habt, wird es relativ zeitnah bearbeitet, das heißt, ähm, was heißt bearbeitet? Wir werden uns relativ zeitnah drum kümmern, wenn das Thema passt. Ich werde mich auch hinsetzen und nochmal in alten Folgen durchsuchen bei mir, die letzten 20 oder so am besten. Ähm. Ja, weil ich habe jetzt im Moment einfach Zeit, nicht deine noch zu gucken. Ja. Und da noch durchzugehen. Ups, genau. Ja, das heißt, äh, wenn da jetzt noch Themen drin sind, Entschuldigung, ähm, ich schaffe es einfach zur Zeit nicht durch die, durch die stramme Erkältung, die ich jetzt noch habe. Aber was ich dir ausrichten kann, fällt mir gerade so ein, äh, ganz, ganz viele Leute haben dir unter der Hof-Bergmann-Folge gute Wässerung gewünscht. Oh, vielen lieben Dank. Dankeschön. Ich hoffe jetzt nur, dass es jetzt auch bald, ähm, wirklich vorangeht, weil im Moment ist es schon so relativ anstrengend. Also egal, was du machst, du bist immer total schlapp und du bist halt total zu. Ja, ist schon nicht schön, wenn man krank ist. Und. Vor allen Dingen auch, bei dir ist es ja jetzt wirklich sehr, sehr ernst. Man hört es ja, ist ja jetzt nicht so, dass man so auch ein bisschen unwohl, ein bisschen die Nase zu, das ist ja bei dir schon ein bisschen mehr. Ja. Das war schon anstrengend die letzten Tage. Also auch jetzt, ich war heute beispielsweise, musste ich jetzt mal, oder bin ich einkaufen gewesen, also. Ich hab unter der Jacke bin ich, äh, total ausgelaufen, also geschwitzt, ich hab richtig heiß. Oh. Und du bist halt, du machst halt nichts und bist eigentlich total blatt. Aber naja, das wird schon wieder. Aber wo du auch Hof-Bergmann erwähnt hast, ähm, wir haben da zur Zeit ein paar technische Probleme. Ach so, ja, genau. Also, wir haben gestern, oder ich hab dann noch, ähm, wir wollten eigentlich aufnehmen, hat dann nicht so richtig geklappt. Und, ähm, letzten Endes sind keine Folgen dabei gestern rumgekommen. Ich hab den Server neu aufgesetzt, alle Mods neu hochgeladen, ein bisschen rumprobiert. Irgendwie macht der ein bisschen Probleme. Ähm, gut, der Hof-Bergmann-Server war eh immer schon ein bisschen zickig, aber jetzt halt so zickig, dass da nicht wirklich was kommt. Genau, er macht uns halt so viele Probleme, dass wir zur Zeit nicht dazu kommen, ähm, viel aufzunehmen, beziehungsweise überhaupt jetzt mal mit aufzunehmen. Und das heißt, äh, ihr hättet in letzter Zeit schon gemerkt, dass nicht immer regelmäßig Folgen gekommen sind. Ähm, nur jetzt werden wir es halt auch vor, vor den Karnevalstagen auch definitiv nicht mehr schaffen. Das heißt, wir werden jetzt wahrscheinlich so circa zwei, zweieinhalb Wochen Hof-Bergmann-Ausfall haben. Ja. Ähm, bitte verzeiht uns. Wie gesagt, die Technik spielt halt in dem Fall nicht mit. Ähm, so ist es aber uns umso wichtiger, dass wir zumindestens, ähm, eine Hilfsregel mäßig bringen und da bleiben wir jetzt auch im Moment hinten dran. Ja. Und wie ihr bei mir im Hintergrund hört, bei mir ist nicht nur, bin nicht nur ich krank, sondern, äh, jeder ist hier aktuell ziemlich im Eimer. Naja. Das wird alles wieder. Ja, aber wie gesagt, zu Themen. Also, wenn ihr da irgendwas habt, also, da wir jetzt halt so kurz und knapp schon wieder aufnehmen, können wir halt relativ gut auch akute Themen, oder beziehungsweise nicht akute, sondern eher aktuelle Themen besprechen. Ähm, wie beispielsweise den, äh, Superbowl gestern Abend. Hast du geschaut? Ja. Ja? Witzigerweise ja. Okay, ich dachte jetzt, äh, bist du verrückt? Ich lag halbtot im Bett. Ne, ne. Ich hab zwar, ich hab auf der Couch gelegen und es geguckt. Irgend so bis um vier. Und ich muss sagen, ich hab zwar nicht so viel Ahnung von Football, aber es war ultra spannend. Also. Okay. Ja, es ist, als Event ist es schon genial. Also, ich hab einmal Superbowl geguckt vor ein paar Jahren. Äh, ich bin jetzt nicht so der Football-Fan, deshalb kann ich mir das eigentlich immer ganz gut klemmen. Ähm. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat das schon gut gecatcht. Also, ich, ich kenn nur das Regelwerk nicht. Also, ähm, vom Regelwerk scheint das halt alles schon ultra kompliziert zu sein. Also, kam es zumindest mir so vor. Ich find's schade, dass mal so ein Sport, wo man ein bisschen nachdenken muss, und wegen Spielzüge und so, dass man sowas, dass sich sowas irgendwie in Deutschland nicht so etabliert hat. Ne. Weil Fußball oder sonstige Sportarten, die in Deutschland, ähm, irgendwie populär sind, da gibt's jetzt nicht so Strategien oder sowas. Also, nicht so extrem. Klar, im Fußball gibt's zwar Strategien oder so, aber da ist das Reglement und das Regelwerk nicht so krass. Ja. Ich weiß nicht, ich, ich weiß nicht, ich sag jetzt mal so, ich, am ehesten verbinde ich Football noch mit deutschem Handball. Um, von den Strategien und vom Körperkontakten an. Ja, vielleicht. Handball, muss ich ja auch sagen, gut, das ist schon echt lange her. In meiner Grundschulzeit hab ich mal zwei Jahre Handball gespielt. Handball hab ich acht Zeit lang gespielt, aber das hat mich auch nicht gecatcht. Weder zum Gucken noch zum Spielen. Ne, ich muss auch echt sagen, ich kann nicht so gut mit Bällen. Aber, glaub ich, einfach, okay, vielleicht hab ich mir auch damals zu wenig Mühe gegeben und dann hatte ich keinen Bock. Ich war ja noch nie Fußballfan. Das hab ich als Kind auch immer relativ wenig so, ähm, gemacht. Gut, dann hab ich ja einige Jahre gerudert. Das hat mir schon besser gefallen. Hm. Joa. Das wär's gut. Wir bräuchten bei uns in der Firma noch jemand für, äh, Drachenboot. Drachenboot? Ja gut, das ist ja mehr so ein Paddeln, ne? Ja gut, das ist doch aber. Was ist das Unterschied zwischen Paddeln und Rudern? Beim Rudern sitzt du ja auf so einer Rollschiene, auf so einem Rollsitz. Und beim Paddeln sitzt du halt quasi statisch und die Bewegung kommt eigentlich nur aus, äh... Du bewegst dich durch das Rudern, oder? Äh, durch... Beim Rudern rollst du halt vor, zurück und arbeitest halt mit Beinen, Oberkörper, Rücken, Armen. Und beim Paddeln ist das mehr so Oberkörper, Arme. Und Beine haben da nicht so viel zu tun. Ah, okay. Sag ich jetzt mal so, also gepaddelt hab ich fast noch nie. Nur so, ne, kennt man ja, wenn man eben wo... Wir haben schon mal mit der Klasse so einen kleinen Paddelausflug gemacht, so Kanutour. Und Ruderboote sind halt auch, ich sag mal, weniger dafür geeignet, sich da einfach mal so reinzusetzen, weil so ein Einer ist dann 20, 30 Zentimeter breit und ist halt wie so ein Ast im Wasser, ne? Also 5, 6 Meter lang, ganz schmal. Weil, wenn du da nicht so den Balancierungssinn hast, den Gleichgewichtssinn, dann ist das nicht so... Also es ist nicht so freundlich für im Sommer, wenn das Wetter gut ist, mal eben eine Kanutour machen. Mit den Dingern kippst du ja quasi sehr, sehr, sehr selten um. Und wenn, dann muss es schon fast ein bisschen provozieren. Und beim Ruderboot, wenn du unkonzentriert bist, ein bisschen schlechtes Gleichgewichts... Ja, ein bisschen schlechte Gleichgewichtsgefühle hast, dann liegst du halt schon mal drin. Ich weiß nicht, ich finde irgendwie, wir haben das Thema Superbowl nicht dementsprechend gewürdigt bisher. Ja, ähm, Philadelphia hat gewonnen oder so, ne? Philadelphia, Eagles haben gewonnen, ja. Gut, das ist auch alles, was ich dazu sagen kann im Endeffekt. War der Underdog, ähm, die Patriots waren ganz klar Favoriten. Ähm, war ein cooles Spielzeug, also ich fand es ziemlich interessant, wie... Dafür, trotz, dass ich keine Ahnung hatte vom Regelwerk, fand ich irgendwie sehr interessant, was die... Wie das Ganze ging, also die haben wohl immer so... Ich sag jetzt mal ganz stümperhaft, die haben halt wahrscheinlich so... Oder ich sag mal, die haben verschiedene, ähm, verschiedene, äh, verschiedene, äh, verschiedene viele Versuche Zeit. Immer eine gewisse Jahrzahl, also eine... Äh, Dissens, ne? ...auf dem, auf diesem, auf diesem Spielfeld zu, ähm, absolvieren, also voranzukommen. Und wenn sie halt nicht weit genug kommen, dann, wie gesagt, die versuchen ja immer einen Touchdown zu bekommen. Das heißt, bis quasi das Ende vom gegnerischen Feld. Und wenn sie das nicht schaffen, dann können sie sich halt irgendwie entscheiden, den... Ball, ich weiß nicht, da hat man dazu Ball, Football... Ähm, durch das, äh, durch das Tor durchzuschießen. Ja. Da gibt's halt weniger Punkte. Ich glaub, ein Touchdown sind neun Punkte. Und das Ei irgendwie irgendwo durchzuschießen, gibt zumindest irgendwie drei. Und wenn du irgendwie nach dem Touchdown darfst du noch einmal schießen. Und dann kann ich immer noch irgendwie einen Punkt dazu bekommen. Frag mich jetzt nicht, wie gesagt, Reglement, absolut keine Ahnung. Ich denke, mit meinen Aussagen bisher hab ich mich eh die ganze... Bei jedem Football-Fan wahrscheinlich eh schon disqualifiziert. Ähm, aber es war halt spannend. Also, wie gesagt, das Ganze, wie das aufgemacht wird, der Superball und... Ist halt einfach ein Mega-Event, ne? Ja, Wahnsinn. Also, ähm, Statistik von letztem Jahr halt war, ähm, dass jeder zehnte Amerikaner dann am Tag danach krank ist. Hehe. Was ziemlich enorm ist, find ich. Das ist schon auffällig, würd ich fast sagen. Ja. Ähm, und... Das, äh, die Karten... Das, also, die haben so, so... Leute auch gefragt, so Statistiken erhoben, wie... Ähm, was ist ihnen eine Karte für den Superbowl wert? Da ist beispielsweise, ähm, ich glaub, was haben sie gesagt? Ich glaub, 20% der Männer würden für einen Karte vom Superbowl die Geburt ihres Kindes verpassen wollen. Ach du Scheiße. Ja, weißt du, so krasse Sachen, wo ich dann denke, what the fuck? Dann sind so Sachen, wie sie noch gesagt haben, so, äh, ja, wenn Familienurlaub verzichten, beispielsweise, find ich dann... Ach du, Heiland. Oh Gott, ich bin besoffen. Ich hab grad unseren, unseren guten, ähm, Baselmesch gerammt. Ja. Äh, wo ich dann auch dachte, äh, Freunde, ganz ehrlich, Hut ab. Boah, so kacke ehrlich oder dreist zu sein, dann sag ich mal, die Familie daheim sitzen zu lassen, äh, in der Karte eines Superbowls zu bekommen. Aber ich behaupte, es gibt Fußballfans hier in Deutschland, für die wär das beim Fußball genauso. Also, also, wenn da irgendwie Endspiel wäre mit, mit deren Vereinen, da gibt's bestimmt welche, die sagen, gibt nix Wichtigeres für mich heute. Ja, mit Sicherheit. Also, was es auch halt gibt, ist, ähm, ich weiß nicht, die, 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 die haben, also die ganzen großen amerikanischen Unternehmen haben extra halt Spots, die auf den Superbowl bezogen sind, äh, gedreht, die jetzt dann immer in den Pausen, äh, gezeigt wurden und da werden viele Pausen gemacht. Das ist genauso extrem wie beim Boxen beispielsweise, oder noch extremer. Ja, von der, von der, ich sag mal, von der Werbewirksamkeit her ist das halt das größte Event, ne? Da musst du dabei sein, wenn du Werbung machen willst, im großen Spiel. Und ich glaub, 30 Sekunden kosten, boah, ich hab's vergessen, einen Haufen Geld. Ich glaub, 30 Sekunden kosten 5 Millionen Dollar oder sowas. So, okay. Ich hätte jetzt schon mit mehreren hunderttausend gerechnet, Millionen ist schon krass. Doch, doch, das sind, glaub ich, Millionen. Warte, ich guck mal ganz kurz Werbung während des Superbowls, was, was das gekostet hat. Sagst du, buchst du mal welche für deinen YouTube-Channel? Ja, ja, genau. Erwähnst du mich dann in den 30 Sekunden? Natürlich. Äh, link deinen, äh, ich bring deinen, äh, bring deinen Link von deinem Kanal mit rein. So QR-Code, 30 Sekunden Standbild. Genau, also die Durchschnittskosten laut, äh, Kanter-Media lagen bei 5,5 Millionen US-Dollar für 30 Sekunden Spots. Ja, geil. Und das sind die Durchschnittskosten, da gibt's welche, die haben wahrscheinlich wesentlich mehr bezahlt. Ja, zur absoluten Hochzeit bezahlst du dann wahrscheinlich 10 Millionen und zur schlechtesten Zeit 2 Millionen oder so. Ja, ja, wenn das reicht. Aber, weißt du, was uns für heute reicht? Der Part? Jo. Und, dann würde ich sagen, wenn's euch gefallen hat, schaut doch beim nächsten Mal wieder zu. Schreibt mal eure Meinung zum Shader, es ist so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, finden teilweise ganz nett, teilweise... Naja, mal schauen, was ihr davon so hält. Und dann, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.